Wir haben zweieinhalb tolle Tage Kids Summit nun hinter uns und wir haben eine Vielfalt von Themen besprochen. Wir haben von der geopolitischen Veränderung über Cyberkriminalität bis hin zum AI-Einsatz und die ethischen Auswirkungen und Notwendigkeiten dazu besprochen. Es ist wichtig, die unterschiedlichen Sichtweisen einfließen zu lassen, sei es von der Industrie, von Politik, von Philosophen und genau das wurde hier heute erzielt. Europa braucht eine Transformation in der Energiewirtschaft und wir von Strategy End PwC durften einen kleinen Beitrag leisten, die Diskussion hier mit zu begleiten. Wir haben eine Studie vorgestellt, nach der klar geworden ist, dass einerseits allen Entscheidern in der Energiewirtschaft klar ist, dass sie ihre Strategien neu ausrichten müssen, aber dass noch Luft nach oben besteht, wenn es darum geht, die Energieversorgungsunternehmen auch organisatorisch neu auszurichten. Ein absolutes Highlight in den letzten zwei Tagen waren sicher die geopolitischen Eindrücke, die wir auf jeden Fall bekommen haben. Und genau das ist etwas, was ich auch für mich persönlich mitnehme. Wie können wir als Person, als Gesellschaft in Österreich, aber insbesondere als Gesellschaft in Europa hier uns engagieren, damit Europa weiter wettbewerbsfähig bleibt, Sicherheit erhalten kann und erfolgreich ist.